Verdammt, seht euch das an! Sicher, dass wir hier richtig sind? Unsere Jungs haben mir anscheinend alles platt gemacht. Oh Mann, diese Typen werden sich wohl kaum ohne Widerstand ergeben. Was meint ihr? Ihr kennt unseren Befehl. Sorry, Leute. Na, wenn ihr alle verrückt genug seid, da reinzugehen, dann bin ich auch dabei. Wir haben versprochen, euch zu helfen, aber doll. Wenn wir da reingehen, kommen wir nicht mehr zurück. Dann war es mir ein Vergnügen, euch gekannt zu haben. Wer am Ende noch lebt, hat gewonnen. Warum treffen wir uns eigentlich nie in einer Kneipe? Ich glaube nicht, dass wir hierbleiben sollten. In Ordnung. Wer geht diesmal nach links? Scheiße! 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 Mist! Mist! Versistend, kommen wir zu einem Deklimberabscher! Mist! 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 Wir haben uns geändert. Sarge, ich bin ziemlich am Arsch. Alles, was ich hatte, habe ich auf dem Weg verbraucht.